Eine ganze Sitzungswoche lang wird der Bundestag den Haushaltsentwurf für 2025 diskutieren. Erst vor kurzem einigte sich die Ampelkoalition nach langem Gezerre auf letzte Details. Ein Finanzloch aber blieb. Vorgesehen sind Ausgaben von insgesamt fast 489 Milliarden Euro etwas weniger als aktuell für dieses Jahr eingeplant. Zur Finanzierung braucht der Bund gut 51 Milliarden Euro an frischen Krediten. Die Vorgaben der Schuldenbremse werden damit eingehalten. Der größte Einzeletat ist wie üblich mit mehr als einem Drittel des Gesamtetats der des Ministeriums für Arbeit und Soziales, vor allem wegen der Rentenzahlungen. Mit weitem Abstand auf Platz 2 liegt das Verteidigungsministerium. Es handelt sich um eine sogenannte globale Minderausgabe von 12 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass dieses Geld eingespart werden muss. Es ist aber nicht festgelegt, wie genau das geschieht. Die Regierung geht davon aus, dass der Betrag schlicht dadurch zusammenkommt, dass eigentlich veranschlagte Ausgaben doch nicht anfallen. Sie rechnet außerdem damit, dass sich die Lücke noch weiter reduziert. Das größte Plus verzeichnet der Etat des Verkehrs- und Digitalministeriums. Es steigt um gut 5 auf fast 50 Milliarden Euro. Deutlich angehoben werden insbesondere die Ausgaben für den Breitbandausbau, auch für Erhalt und Ausbau der Schienenwege ist mehr Geld vorgesehen. Mehr als 2024 bekommt man auch das Bundesverteidigungs- und das Bildungsministerium. Das in absoluten Zahlen größte Minus ist beim Entwicklungsministerium vorgesehen. Der Etat schrumpft um rund 937 Millionen Euro. Auch das Wirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt müssen mit weniger Geld auskommen.